Ja und passend zu Ostern haben wir diesmal kleine Osterhäschen. Ich kann euch jetzt nur einen zeigen. Es geht um drei Hasenmädels, drei zuckersüße Zwergkaninchen. Die Kleine hat jetzt hier gerade so ein bisschen eine Schockstarre. Eine Mama und zwei kleine Mädchen. Die Kleinen sind ungefähr ein Vierteljahr alt. Bei der Mama wissen wir es nicht so genau. Und das Besondere ist, die drei suchen ein Zuhause alle zusammen. Also die sollen zusammen vermittelt werden. Man braucht viel Platz, möglichst ein großes Freigehege, mindestens sechs Quadratmeter, alles ordentlich gesichert, artgerechtes Futter und dann macht die Zwergkaninchenhaltung auch richtig Spaß. Also drei Zwergkaninchenmädels, drei Osterhäschen suchen eine neue Familie.